Guten Tag, mein Name ist Knut Krocker, ich bin Immobilienexperte und ich habe heute wieder unseren Sascha Baiker eingeladen. Wir wollen heute über das Thema Dachstühle reden. Ich hatte es im letzten Video schon gesagt, wir verzichten einfach darauf, dass der Sascha sich wieder vorstellt, schaut in die alten Videos rein, dort erklärt in jedem Video der Sascha ganz fleißig, wer er ist und was er macht und das machen wir jetzt nicht mehr. Also er ist Experte, er ist Gutachter und Sascha, Dachstühle, das ist immer so, entweder fängt man oben an oder im Keller bei der Begutachtung. Sag uns mal, warum ein Dachstuhl eigentlich wichtig ist, dass ich mir den anschaue. Dachstuhl ist erstens der Schutz des Hauses vor Witterung und der muss natürlich immer relativ dicht sein. Also nicht relativ, sondern muss dicht sein. Dass du halt so da kein Wassereintritt hast und ich mein Gebäude sozusagen gegen Nässe, im jeden Fall schütze. Ich habe natürlich mit Dachboden auch noch die Möglichkeit, den zu nutzen, ebenfalls durch Verlagerung oder halt ich baue ihn aus. Dann muss ich natürlich ein bisschen mehr machen. Aber im Endeffekt ist ein Dachstuhl, muss statisch stehen und muss einigermaßen tragbar sein für das, was draußen drauf ist. Denn die Dachdeckung ist nicht gleich Dachdeckung, haben wir ja schon mal durchgehabt. Betonstein-Siegel sind schwer, Ton-Siegel in Doppeldeckung ebenfalls. Und da ich habe eine Betondeckung, da ist es relativ leicht. Entsprechend habe ich halt den Dachstuhl aufgebaut und vorbereitet. Und wenn man hier sieht... Der ist halt in der Regel, sorry, aus Holz, ne? Der ist in der Regel aus Holz. Es gibt zwar eine andere Konstruktion. Genau. Es gibt Ausnahmen Stahl oder Beton. Recht selten. Aber wir haben nachher noch ein Foto von Beton. Ansonsten ist es Holz. Und da ist immer darauf zu achten, dass halt irgendwie kein Schimmel oder kein Schwamm drin ist. Und dass der von den Tragbalken her einigermaßen ausreichend ist. Also in der Regel, wenn es nicht ausgebaut ist, ist er ja relativ gut zugänglich. Und manchmal sind es ganz oben noch so eine kleinen Treppen, Ausschubtreppen oder irgendwas. Und ich kann euch nur empfehlen, weil es mir immer so geht hier, weißes Hemd und ich mache Begutachtung. Ich fahre in der Regel dann immer mit T-Shirt oder eine alte Jacke. Geht hoch, schaut euch das an. Es ist oft voller Spinnenweben, dreckig und es liegt da was rum. Aber schaut euch einfach an. Genau. Denn ich sehe gerade, wenn der Dachstuhl nicht ausgebaut ist und ich nutze ihn als Lager, sehe ich, wenn ich hochgehe, schon wie die Mieter alle sind. Und wenn da oben alles rumliegt, und es gibt oft Dachbereiche, die einfach vollgemüllt sind und wo ich also eine Brandlast auch habe. Und wenn ich oben noch eine Lampe habe und ich habe sozusagen also Strom, ich habe eine Brandquelle, dann habe ich natürlich ein großes Risiko. Und da muss man darauf achten, dass man gerade solche Bereiche als Verwalter oder auch als Eigentümer den Mietern zwar freigibt, aber sieht, dass das also auch ordentlich ist. Dass man da jetzt nicht irgendwie vollmüllt, denn das ist ein Indiz für, ich sage mal, auch schlechte Verwaltung. Na klar. Gehen wir mal in die Bilder, Sascha. Du hast ja wieder ein bisschen was mitgebracht. Genau. Die lassen wir dann teilweise hinten durchlaufen. Ja, normaler Dachstuhl, denke ich mal. Aber da ist noch keine Eindeckung drauf, oder? Das ist eine Unterspannbahn. Doch, also das ist jetzt, obendrauf sind dann die normalen Balken, also Querbalken, sodass ich also jetzt erstmal noch eine Sicherung habe gegen einregendes Wasser, wenn oben ein Mangel ist im Dachziegel. Und das ist eigentlich die Regel, dass man so ist auszuführen. Es sieht aber auch so aus, als würde hinten die Sonne untergehen, weißt du? Ja, oben drinnen in der Mitte, oben drinnen in der Mitte ist gleich ein kleines Dachlicht. Und da kommt es nicht rein, genau. Und dann sollte man, also da schon mal auch genau gucken. Wenn du jetzt das so gesehen hast, sollte man vor Ort wirklich mal in diese Dachluke gucken, wenn dieses Licht fällt, und mal schauen, was da ist, genau. Ja, normaler Dachstuhl. Das ist so ein Bereich, was ich gesagt habe. Gibt es garantiert einen Einschubtreffer. Da musst du oben mal durchkrabbeln, guckst dir die Balken an. Der ist nicht zum Werk, ist begehbar, aber nicht zum Lagern. Er ist aber als warmes Dach ausgebildet. Das sieht man an den Dämmungen, die drumherum sind. Muss man nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt, wie hier, den Dachboden gedämmt habe, auch wenn er jetzt so unterschiedlich da mit Dämmung und Wolle ausgelegt worden ist, brauche ich aber in dem Bereich nicht unbedingt das Dach noch zu dämmen. Das kostet mich extra mehr. Ich kann in den unteren Bereichen, wenn es dann in den Bereichen ausgebaut ist, da Dämmung natürlich einbauen. Ist auch manchmal gut. Da kommt ein bisschen Lüft an. Das stimmt, genau. Passt ja. Das ist so ein voll ausgebautes Dach. Dort habe ich links hier. Deshalb, als du mir das Bild geschickt hattest, schon mal geguckt. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Feuchtigkeitsschäden. Keine Ahnung, wo das herkommt. Richtig. Man sieht es halt beim ausgebauten Dach recht schwer, ob da was dahinter ist und wie die Dämmung ist, wie dick die Dämmung ist. Man kann nur anhand der Sanierungszeiten sehen, okay, Dämmung ungefähr 12-14 cm. Aber was dahinter ist für Löcher und was für Schäden da drin sind, kann man natürlich so nicht erkennen. Normale. Das sind alles wahrscheinlich jetzt so eine Dachstühle, was du gezeigt hast, wo die Einschubtreppe hoch geht. Alter Bretterboden. In der Regel hat man ja drunter ausgebaut, Dämmung rein. Und der Rest war ja gerade in den 90ern uninteressant. Ja, egal. Da hat keiner mehr einen Cent in die Hand genommen. Also verwahrlos sehen die dann auch aus. Genau. Also deswegen das Bild vorher mit der Dämmung einfach oben drauf gelegt. Na klar. Das war das Einfachste, wie hier auch. Einfach mal hingelegt, nichts weiter gemacht, keine Bretter drüber. Und dann aber die Balken sieht man hier auch, die sind schon mit Wasser teilweise mal befeuchtet gewesen. Das heißt, der Dachstuhl war offen. Wobei, hier habe ich noch was Sascha, weil du das jetzt sagt mit Wasser, das habe ich auch oft gedacht. Aber ich habe vor ein paar Jahren einen Dachstuhl besichtigt, der war auch so weiß und ausgewaschen. Und dort hat mir dann ein ganz alter Tischler eben erzählt, das ist im Krieg, haben die die Balken gestrichen, haben die die gekalkt und eine Mischung zwischen Zement und Kalk, damit die die Brandgefahr, wenn da Bomben gefallen sind, dass die die reduzieren und das nicht sofort anbrennt. Über die vielen Jahre blättert das auch an und man wundert sich manchmal, wo das herkommt. Also es kann auch so was sein. Es kann auch so was sein, genau. Also wenn das, man sieht es an den Formen dieser weißen Farbe halt. Na klar. Das ist ein ordentlicher Dachboden, da ist die Wolle unten auch ein bisschen mit Folie überdeckt worden. Die Unterspannt war das da. Man kann es halt nicht begehen oder lagern. Das ist halt dann nur für den Zimmermann oder für den Dachdecker, der oben ist. Aber da reicht ein schneller Blick, wo ich dann sagen kann, okay, das sieht gepflegt aus. Da ist was gemacht worden. Ja, das ist im Dachboden genutzter Stauraum, durch Holz verschläge getrennt. Ist in Ordnung. Aber wenn natürlich der Fußboden dann so aussieht wie jetzt gerade, das sage ich halt. Da ist die alte Schlacke noch drin von ich weiß nicht wann. Ja. Und da hat man das Dach einfach zugemacht und Augen zugefüllt. Und dann nach der Sündflut. Und so kriegst du es ja nie wieder runter. Wenn das Dach mal offen war, das hätte man über die Schuttrutsche entsorgen können. Da spart man halt Geld an der falschen Seite vielleicht. Genau so ist es ja. Wer weiß, zu welchem Dumpingpreis der Dachdecker dann das Dach gemacht hat. Oder die Abwurffirma. Genau. Ja, das sind so eine Spittelecken hier. Genau. Das ist die alte, richtig alte Schlacke, die damals zu Nachkriegszeiten, zu Kriegszeiten da eingebaut worden ist. Das ist sozusagen als Dämmung dargestellt. Und da hast du ja eine ganze Reihe Bilder hier, wie das aussieht. Und da sollte man schon gucken, entweder lässt man es halt, weil das ist ein Riesenaufwand das zu sanieren. Und es ist eine extra Entsorgung. Die kostet man richtig Geld. Und das lässt man... Einmal durchs Haus will das auch keiner tragen. Du hast mal einen schönen Dachstuhl, Sascha. Genau. Der ist neu aufgesetzt worden. Da ist zwar die Unterspannenbahn nicht dabei, aber ich glaube draußen waren jetzt, weiß ich glaube ich, Schieferplatten drauf, die das Wasser noch sehr gut abhalten. Da brauche ich das nicht. Hier wieder so eine Schlacke. Ja, wo du siehst Dämmung drauf, ja. Und hier ist ja noch einigermaßen sauber gemacht. Ja. Das sieht ja noch gut aus. Na gut, hier hast du ja auch oft eine alte Ziege in Entdeckung. Das ist das, genau. Und dann sieht man zwar links den Nicht-Einfall durchs Fenster, aber ich sehe unten drunter überall kleine Lichtquellen. Das heißt, da hast du es dicht, dacht und dicht, wenn es mal richtig trischt vom Regen her. Und Wind vor allem. Genau. Im Wind vor hast du das ja auch. Genau, dann drückst du es rein. Das ist wie den Schnee reingedrückt. Genau. Und dann habe ich halt unten drunter eventuell solche Bilder wie hier, wo das Wasser dann einfach durchläuft. Ja. Das ist eine Kehle hier. Ja. Das... Naja, klar. Ja. Gut. So sehen sie aus, die alten Dachstühle. Genau. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, kann ich euch immer nur empfehlen und ihr kauft sowas, nehmt ein Holzschutzgutacht dabei. Ja. Lasst den mal durchlaufen. Und dann bezahlt den irgendeinen Betrag erstmal für die Besichtigung, wenn ihr also noch nicht das Haus sicher habt, dass ihr nicht so hohe Kosten habt. Der sagt euch ganz schnell, dort und da und da, da könnte eine Sache sein, kalkuliert die ein und beauftragt den danach, wenn wir einen Holzschutzgutacht machen. Genau. Oder ihr habt einen, der einfach vom Bau was versteht ein bisschen, der aber dann sagt, auch bei den und den Indizien holen wir lieber nochmal einen externen Fachmann von Holzwerk dazu. Ja, das ist jetzt nicht viel Kosten, die da entstehen im Gegensatz zu dem Kauf, den ich habe und den eventuellen Kosten, die ich danach noch zu tragen habe. Ja, das war auch ein Haus von uns. Da musste ich auch einen Statiker hinholen. Also du siehst rechts die massive Mittelwand. Ja, das geht auf der anderen Seite genauso nochmal rüber. Und auf der anderen Seite Stahlstützen und die gehen von oben durchs ganze Haus bis nach unten. Und da hat man mit dem Brandschutz dann erhebliche Probleme. Ja, durchdringend, ja klar. Wenn im Erdgeschoss das brennt und diese Stahlsäule geht weg, dann kommt das ganze Haus. Ja. Wenn man das Kartenhaus zusammenfällt, genau. Da ist das schon ein bisschen massiver. Das ist ein toller Dachstuhl, ja. Der ist relativ selten, was du am Anfang gesagt hast. Komplett Beton und massive Stützen. Das ist dann Industriebau. Da waren früher sozusagen Maschinen drin. Zu DDR-Zeiten meistens solche Gebäude gebaut worden. Kann man jetzt auch als Wohnraum gut nutzen. Und ich habe halt da eine dicke Wand, die halt auch Dämmung noch bringt. Und da muss man halt nur gucken, ob eventuell bei den Querträgern oder den Balken oben Beton verwendet worden ist. Nicht, dass der korrigiert, korrodiert oder irgendwo kaputt gegangen ist. Hier sind heute auch wunderschöne Lofts drin. Also das ist alles gut geworden. Du warst ja auch dort. Ich fahre auch mal drunter, genau. Aber sanierten Geräusche. So sah es vorher aus. Ja, hier ist jeder alter Dachstuhl. Genau. Wie gesagt, einfach gucken. Da oben ist ein Wechsel drin gewesen. Wahrscheinlich ein Schornstein. Genau. Und man sieht hier auch die verschiedenen Farben der Dachschindeln. Da müssen wir mal gucken, ob von außen nicht irgendwo schon Schäden sind, die man dann sanieren müsste. Hier ist nochmal dasselbe Bild, was wir vorhin hatten. Mit den Stahlsäulen. Und so sah es aus, als wir es angekauft haben. So sieht es dann in der Regel aus. Ein unsaniertes Haus. Komplett vermüllt. Da kannst du immer schlecht... Gut, der Dachstuhl war hier sichtbar. Aber dann nach unten kannst du immer schlecht einschätzen. Und hast doch keine Lust, da den ganzen Müll wegzuordnen. Man sieht auch oben an den Dachbalken so ein bisschen Feuchtigkeit. Ja, das ist ein Flachdach und dann ist die Dichtung irgendwo dann kaputt nach längerer Zeit. Obwohl das dem Holz, dadurch dass es hinterlüftet ist, gar nichts gemacht hat. Ja, genau. Der war in Ordnung. Die Decken darunter waren natürlich mehr an die Bleidenschaft. Stimmt. Gezogen worden, ja. Der ist ganz in Ordnung. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist eigentlich wunderbar. Hier... Ja, das wir eben hatten. Genau. Der Müll. Ist so, wenn man so ein Haus kauft, dann sowas sieht, sollte man vielleicht mal gucken, wer wohnt im Haus drinnen. Und weil das ist so ein bisschen Indiz dafür vernachlässig. Na klar. Na, siehst du ja hier auch. Ja, wahrscheinlich ist hier schon einiges gemacht am Dachstuhl. Der rechte Teil sieht aus, als wäre er anraut worden. Genau. Der Liege ist noch alt. Und das hat man einfach ausgebessert. Na ja, klar. Von der Fachfirma hat es in Ordnung. Selber machen bitte nicht. Ja, hier siehst du auch. Ja. Also hier muss was gewesen sein. Ja. Das ist für euch immer nur ein Indiz. Schaut es euch an. Gerade an unsanierten Häusern, an sanierten Häusern selbst. Fragt nach. Hat das meine Firma gemeint? Wie sieht denn das aus? Da kann man davon ausgehen, dass es in Ordnung ist. Ja. Ansonsten müsst ihr einfach damit rechnen, wie hier das nochmal ein bisschen der Tischler rein muss. Richtig. Um das ordentlich hin zu bekommen. Das ist, was ich mal vorhin sagte, das ist reiner Beton. Also da haben die richtig alles in Fertigteilen gebaut. Betondach. Und man sieht ja auch teilweise schon an dem Stützen hier, die haben so ein bisschen Risse gekriegt. Da ist die Bewährungsüberdeckung abgeplatzt. Und dann sollte man schon mal gucken, ob das noch statisch, also wenigstens die Bewährung wieder zu machen, dass die nicht anfängt zu rosten. Ja klar. Und das bricht. Hier ist so eine Sache, gerade das Weiße. Das ist dann durch diese Schattierung, die so halb immer rund ist. Und das sieht nach Wasser aus. Das sieht nach Wasser aus. Und da müsste man gucken, ob da halt das Dach dicht ist. Es sieht auch aus, dass jetzt nichts nachgekommen ist von Wasser. Aber zumindest würde es feucht sein, wenn der Dachstuhl oben oder das Dach auch nicht deckt ist. Aber das haben wir so oft. Diese Betonfläche dann drauf. Dann gehst du raus durchs Fenster. Überall Flicken. Flickenteppich. Das ist alles in Ordnung. Dann tropft es überall rein. Genau. Und ich war dann immer mal so bei Begutachtung, gerade im Frühjahr oder im Herbst, also nicht im Hochsommer oder auch im Winter, siehst du eben, dass die Balken, dass das alles schwitzt. Da sind also keine Entlüftungssysteme drin, gar nichts, keine Entlüftungsziegel. Und durch diese Bitumenbahn oben ist das ja zu wie eine Zettelwandtüte. Genau. Also es zirkuliert nichts richtig. Und dann habe ich natürlich das Tauwasser oder das Kondenswasser. Oder hier bei Vollholzschalung Wäschetrockenplatz. Richtig. Da sind zwei riesen Fenster drin, aber die werden auch nicht immer aufgemacht. Aber das scheint groß genug zu sein. Gut, wenn es im Fürsten eine Entlüftung hat, ist ja auch in Ordnung. Aber dann müsst ihr eben einfach gucken. Oder, wie gesagt, ich empfehle es euch immer wieder, nehmt einen Gutachter mit. Und wenn ihr was richtig Gutes tun wollt, nehmt den Sascha mit. Der hat Ahnung. Und der sagt euch dann, was man da machen kann. Was man machen sollte, genau. Genau. Man guckt von unten sozusagen in Dachstuhl hoch. Das war nicht mehr ausgebautes, oder war auch mal ein ausgebautes Dach. Mhm. Und das wurde dann irgendwann mal links liegen gelassen. Und dann sieht das halt irgendwann dann so aus, ne. Oder hier, ne. Wo die ganze... Also, das ist, ja, völlig verwohnt. Da wurden dann auch, ähm, wurde mir gesagt, ähm, zwischendurch irgendwelche, ähm, Penner. Und die haben natürlich da, ähm, ja, das einfach laufen lassen, ne. Und da hast dann, ähm, Probleme mit. Hier ist so ein Dachstuhl, das sieht man aus, sieht aus nach selbst gemacht. Ja. Sollte man eigentlich nicht tun. Ähm, da ist weder eine Trennung, ähm, das sind verschiedene Dachräume, auch zu verschiedenen Wohnungen unten drunter. Und, ähm, das heißt also, ich habe da keine brandschutztechnische Trennung. Mhm. Die Türen, die sind auch einfach nur geschnitten und dann ein bisschen rein. Und das bisschen, ähm, Gips, das da ist, das hält die Flammen da nicht weg. Na klar. Das sind wir beim Bastelhaus, ne. Ja, genau. Das sind wir beim Bastelhaus. Na, hier auch wieder der typische Dachboden. Ja, genau. Und Dinge, die, das sieht mal gut aus hier, Sascha. Das ist, da brauche ich nur ein Ding zu gehen, Fotos zu machen und sagen, ist in Ordnung. Passt. Passt. Das hier genauso. Ich habe teilweise Bereiche, die sind ein bisschen aufgeständert und Podest drinnen. Da ist ein bisschen Dämmung drüber. Ähm. Da ist die typischen Kriechböden da, ne. Genau. Und dann der Schornsteinfeger aufs Dach geht. Genau. Das ist immer, das ist, ähm, wichtig, dass ihr wirklich, ähm, ein Haus habt, wo der Schornsteinfeger oder auch der Dachdecker nicht durch Wohnungen aufs Dach kommt, sondern durchs Treppenhaus. Mhm. Denn da gibt es immer wieder Probleme, gerade, wenn dann einer sagt, äh, durch meine Wohnung kommt hier nicht durch, ne. Wenn du keine Möglichkeit hast, es gibt einige Häuser, ähm, selbst Neubauten habe ich entdeckt, ähm. Ich frage auch immer, wo geht denn der Schornsteinfeger hier raus, ja. Und, äh, den Weg verfolge ich, ja. Ja. Ich versuche dann auch doch die Luke aufzumachen. Und daraus. Ja, genau. Und das seht ihr dann doch eine ganze Menge an. Also, und guckt dann auch, wenn ihr am Dachstuhl seid, immer durch irgendein Fenster auch mal raus, auf das Dach direkt, ähm, und sozusagen auf den Aufbau, und dann kriegt ihr so ein bisschen das Gefühl dafür. Na klar. Ja. Wir lassen nebenbei hier noch ein paar schöne Bilder durchlaufen. Das, was du sagtest, das hier ist zum Beispiel gemeißt, ne, damals, ähm, wegen den ganzen Brandsachen. Das ist jetzt nicht von irgendwelchen Nässe. Aber du siehst eben, wo es abgewaschen wurde. Und hier vorne links in der Konstruktion siehst du eben auch, ja, da könnte noch mehr drin gewesen sein. Genau. Ja, denn manchmal haben die nach dem Krieg dringend Holz gebraucht. Und haben den Dachstuhl ein bisschen erreicht. Ja, meistens rechnet man ja mit Hosenbund und, ne, und, äh, Hosenträger. Das sieht ganz gut aus. Das sieht in Ordnung aus, ne. Da ist auch der Boden ordentlich gemacht worden. Und das ist auch, das ist zwar ein alter Dachstuhl, aber der ist wirklich von der Statik her einwandfrei. Das ist wirklich Zimmermannsarbeit hier. Und der hält auch noch. Das ist ein altes Haus, ne. Hier habe ich mal eine schöne Geschichte, Sascha. Da haben wir ein historisches Haus saniert. Das ist wirklich hier ein Haus irgendwo aus dem 18. Jahrhundert. Und, äh, von innen war komplett, äh, das Holz sichtbar. Und als es gekauft wurde, hat sich niemand, äh, diese Konstruktion überhaupt mal angeschaut. Ja, sonst liegt ja die Schalung obendrauf. Als Erklärung, das ist das Dach, ne. Das Dachschräge. Ach so, ja. Und das ist nicht der Dachboden. Ne, ne, das sind Schräge. Ja, das sind also die, äh, die Spannen. Und darunter ist die, äh, ist diese Verschalung, ja. Und das Witzige dabei war, hier, kannst du es dir hier angucken, als man das dann von draußen aufgenommen hat. War der Schutt drin. Und dann war das komplett dort bis zu dem ersten Balken mit Schutt verfüllt. Und Bretter drin. Ja. Ja. Also, was da rauskam. Das glaubt man normalerweise nicht, ne. Davon geht man nicht aus, dass da noch Dreck drin ist. Wenn ich das dann selber sanieren muss. Mein Kollege da hinten, ja, der ist ein bisschen, der sammelt so altes Zeug. Ja. Der hat ja schöne alte Bierflaschen gefunden. Echt? Ja, ja. Ganz verrückt, ja. Und das haben die da alles reingeschmissen, ja. Und so sieht es dann aus, ja, wenn man dann eben durch diese verschiedenen Konstruktionen, da war so viel vergammelt, ja. Also, das hat richtig Geld gekostet. Ja. Das war schon extrem. Und der Denkmalschutz war dann auch dort. Der hat dann eben Teile vom Dachstuhl gleich noch mit unter Denkmalschutz gestellt. Ist verrückt, ja. Also, wenn du sowas siehst hier, dann nimmst du die Böden auf und so weiter. Aber… Da hast du Spaß dran. Ja, das macht nicht jeder, der sich sagt, ich kauf mir eine alte Kiste und richte die her. Im Prinzip machen das ja vorwiegend Firmen. Aber trotzdem kann es ja sein, dass du privat eben ja auch ein kleineres Haus nur kaufst. Und da kann das genauso sein. Und deshalb guck zum Dachstuhl. Ja. Guck es dir an, guck dir die Decken drunter an, die Fußböden und so weiter. Da kann man doch schon einiges ableiten. Ja. Und hier eine ganz tolle Geschichte. Nicht, dass es da rechts gebrannt hat. Ja. Das war ein Mieter, der seine Pfanne mit Öl, mit Wasser gelöscht hat. Und dann war die Küche. Ja. Aber hier ist ein Articot-Haus. Ich will mal auf diesen Dachstuhl. Ich habe das schon erzählt. Sehr origineller. Der sieht doch sensationell aus, ja. Diese Biegung da drinnen, wo man sich sagt, Mensch, wie haben die das gemacht? Und die Biegung ist ja nicht nur auf der Seite, sondern es geht auch noch so rüber. Man würde denken, das ist eigentlich Stahlbeton, ne? Ja, genau. Ne, es ist eine Holzkonstruktion und die sieht so aus, ja. Also das sind nur Bretter. Der gesamte Dachstuhl ist wie eine Bienenwabe aufgebaut. Genau, ja. Und da haben die nur hochkant die Bretter und noch nicht mal geschraubt. Die sind zusammengenagelt auf einer riesen Höhe. Also wir haben in der Mitte ungefähr eine Höhe so zwischen acht bis zehn Metern. Ja. Ja. Und bis auf hier vorne, das ist der Schornstein, wir haben keine tragenden Balken drinnen. Wir haben nur dieses Ding. Wie eine Muskel, die sich hält. Genau, ja. Also das ist irre. Ja. Hier ist irgendeine Stahlkonstruktion drin, sicher später mal irgendwo eingebaut. Aber hier ist nichts. Wahnsinn. Ja. Also wir haben hier den Schleitiger mit seinem Mitarbeiter, der guckt ehrfurchtsvoll nach oben. Ich hatte ihm dann gesagt, naja, aus Spaß, weil das hat sich ja erledigt, wo wir das ausgesehen haben. Ich sag, wir wollen das Dachgeschoss ausbauen, können Sie mir das mal berechnen? Ne. Hat er abgewinkt. Ja. Also relativ selten. Ja. Aber hätten wir nie vermutet. Niemals. Ja. Und wenn du jetzt ganz persönlich so, ja, die Dinger kaufst nach Rendite oder alles, das fällt dir gar nicht auf. Ja. Du läufst da oben rum. Ich hab gesagt, wow, ja, unser Vorstand, der hat das gar nicht gesehen. Nachdem ich ihm das erklärt habe, hat er auch Bau gesagt. Genau, oder? Weil das ist wirklich was ganz Seltenes. Also das sieht man, ich hab hier jetzt sicher auch das erste Mal. Ich kenn nur das Haus, hab das noch nie gesehen. Also das ist simples Holz, was man aneinander baut, ein bisschen verschachtelt. Aber das herzustellen ist schon mal eine Kunst für sich. Ja. Und dass es auch noch lange hält. Und wie du sagtest, draußen sind ja schwere Ziegel drauf. Ja, aber die Konstruktion ist extra so wie eine Kuppel gebaut, sodass die Last nach außen abgetragen wird. Und nicht nach innen den Dachstuhl belastet. Ja, und dort ist das Hauptproblem an dem Gebäude ist, dass alles in Ordnung ist. Das haben wir auch die Dach-Eindeckung. Jeder Dachdecker, der da kommt, wenn ich dem sage, wir wollen mal die Dach-Eindeckung tauschen. Boah. Da will keiner ran. Da will keiner ran. Ja. Das ist wieder der Nachteil. Also müssen wir es lange halten. Ja gut, es gibt vielleicht einige, die dann sich da längst tüfteln. Aber da gibt es kaum einen, der da Referenzen für sowas hat. Ja klar, der näht die Gewährleistung an. Ja klar. Ich meine, wenn sowas brennt hier, das fällt zusammen wie das Haus. Das fällt zusammen. Ja. Das ist... Aber es ist spannend. Es ist spannend. Also ihr seht, so eine Besichtigung und ein Gutachten von einem Gebäude, das könnt ihr nicht in 10 Minuten oder in einer halben Stunde schaffen. Ja. Und ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Hilfe braucht, ruft Sascha an, nehmt euch einen Gutachter, beauftragt Sascha, wie auch immer, dass ihr wirklich nichts vergesst. Das kostet eben am Ende immer wieder richtig viel Geld. Ja. Wir beide haben vorher noch mal kurz gesprochen. Also wir werden die Serie immer mehr erweitern, denn Sascha schleppt immer wieder neue Dinge an. Ich kenne sie ja auch teilweise. Also es wird noch ein Weichen geben. Und noch mal eine Bitte, wenn euch das hier gefallen hat, dann wünschen wir uns wie immer den Daumen nach oben, dass er uns vielleicht auch weiterempfehlt und uns natürlich die Treue haltet. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke Sascha. Bis bald. Bis bald. Tschüss.